Hallo Bülow, schön dich kennenzulernen, gleich denke ich mal. Ja hallo, da bist du, prima. Oh du bist aber schon ein ganz schön groß. Hallo mein Süßi, guten Tag, grüß dich. Zeigen sie mal. Ja bist du ein Kräftig, bestimmt alles gar nicht so schlimm. Cool, du wiegst 28 Gramm mein Schatz, prima. Pass mal auf, da bleibst du gleich mal eine Sekunde drin. Geh gleich weiter. Okay, Bülow kann fliegen. Komm her. Ja super, alles gut. Das hast du ziemlich gut gemacht mein Süß. Komm her, ja. Hast du dir bestimmt nur kurz irgendwo ein Köpfchen gestoßen. Komm wir machen ganz vorsichtshalber einmal einen kleinen Check. Und hier auch nochmal. Komm her. Ja du bist ein Kräftig. Super ein Kräftig. Zeig Füße. Ja danke. Anderen Fuß. Gut. Okay. Komm her. Zack. Ja guck einmal, schau. Wo bist du jetzt? Kannst du wie essen und trinken. Dann wird es bestimmt hier nur eine kleine Ausruhsache mein Süßer. Ja. Gut. Ich lass dich dann auch mal ganz schnell schon in Ruhe. Dann kannst du erstmal ein bisschen ankommen. Tolle Maus. Jawoll. Zeig mal, funktioniert alles? Bist du nämlich gar nicht mehr so eine kleine? Nein, nein, nein. Du bist schon eine ganz schön groß. Jawoll. Okay süß. Dann komm mal in Ruhe an. So klein Bülow. Jetzt bist du hier mal auf dem Beistellparkplatz. Okay? Hast die kleine Spatzki Gang nebenan? Könnt ihr ein bisschen euch was zu zwitschern. So Spatzki Gang. Spaß am Abend. Hm? Bülow ist mal ein bisschen da. Erzählt ihm mal irgendwas schönes. Ja. Prima. Okay. Und ich sitz jetzt hier noch ein bisschen daneben und guck mal, ob du auch was isst. Machst du ganz toll. Sehr schön mein Schatz. Das wollte ich sehen. Prima. Okay. Gut. Hau dir die Wampe voll mein Schatz. Jawoll. Prima, prima. 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 Prima.